Hallo und herzlich willkommen zurück zu Raft. Ja, wir stehen ja hier an der großen Insel und wir haben gerade Zuwachs bekommen. Und zwar dieses Gürgeltchen hier. Dieses wunderbare blaue Gürgeltchen. So, ähm, ja, wir müssen erstmal das Inventar leer machen. Wo sind wir daheim? Da. Ja, was haben wir denn hier alles? Ja. Ähm, erstmal alles wegversteckeln. Plömmchen, Plömmchen, Plömmchen. Sam. Wir haben noch hier, oh, wir haben hier tatsächlich ein bisschen Clibber erbeuten können. Ähm, Seile. Machen wir hier eins draus. Dann kann das weg. Was hatte ich denn jetzt noch hier? Das kommt alles rüber. Das kommt hier oben hin. Ähm, wartet mal, wartet mal, wartet mal. Ähm, 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 ähm. Wir haben ein, eine Kiste, eine Kiste, eine Kiste, eine Kiste, ein Seil, Schrott und wie viel Planken brauchen wir da? Ja, acht Planken, haben wir denn sowas überhaupt noch? Ähm, ähm, Seile brauchen wir, brauchen wir vier. Da, vier Seile. So, drei Schrott, die werde ich mir auch mal passend rausnehmen. Und acht Planken, kriegen wir acht Planken zusammen? Ja, kriegen wir. So, dann werde ich nämlich jetzt die erste Kiste bei uns in die neue Küche schleppen. Und da kann ich dann schon mal das Zeug reintun und kann tatsächlich auch schon mal, jetzt muss ich gerade mal Lucky Lucky machen. Und bis dahin geht der Schrank, warte mal, ich will mal was gucken. Gut, 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 dann machen wir das aber hier hin. So, wartet, dann werden wir mal ein paar Schenkelchen draufschmeißen. Und dann werden wir mal den ganzen Schnatzi-Krempel schon mal da reinschmeißen. So, unsere Küche ist eingeweiht, juhu. Äh, ja, hier, komm. Und dann gehen wir den Rest noch wegräumen. Das sind, das kommt hier unten hin. Dann gehen wir schnell pennen und dann gehen wir nochmal schnell auf die Insel und gucken mal, ähm, was da noch, ähm, abzukrabbeln ist. Und dann machen wir uns an die Pufferfische. So. Ich hatte was jetzt noch hier drin? Hm, Kunststoff. Stopp. Seile. Weg. So. Ab ins Bett. Äh. Das Bett ist da hinten. Ah ja, genau. Ach, wo ich gerade die Schuppe sehe. Mensch, die Erde, die müssen wir auch noch mitnehmen. Die haben wir noch gar nicht geholt. Und dann können wir dann auch, äh, gleich noch ein bisschen Wiese bauen. Wo ist die Insel? Ja, ist die Insel. So, dann gehen wir jetzt gleich mal die Erde holen. Ich habe nur gerade geguckt, das Essen, das reicht gerade noch so, um das hier noch zu machen. Ich habe gerade mal gucken, wo waren die Höhle? Die war... Da hinten, ne? Da hinten unten? Oh, ich weiß doch nicht mehr. Egal. Wir werden die schon finden. So, ja, hat mir ja schon alles abgekrabbelt. Ja, genau, hier geht es zur Höhle hoch. Wer steht denn hier übers Blödschen? So. Hier vielleicht noch irgendwo ein Tierchen? Nein. 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 Okay, so, in die Höhle rein. Die Mangokritze hier nehmen wir noch mit. Das ist ganz wichtig. Solange wir nämlich noch keine funktionierende Küche haben und, äh, demnach auch keine funktionierende, vernünftige Ernährung, nehme ich die Mangos immer schön mit, weil die sehr nahrhaft sind. So. Kiste, Kiste, Erde, so. Neues Schüppchen. Wunderbar. So, und ab dafür. Weiter geht's. Mich mal damit ausrüsten. Ich glaube zwar nicht, dass wir ja jetzt auch irgendwie noch ein Tierchen finden. Nee, glaube ich nicht. Aber Glauben ist ja mit Wissen, ne? Das wisst ihr ja auch. Ich mach mich mal hier runter. Ich weiß, dass hier unten noch ein zweiter Vogel rumläuft, ja. Nee, wir waren schon einmal um die Insel rum. Deswegen würde ich dann gerade sagen, wir schmeißen uns hier in die Fluten und werden uns auch gleich mit dem ersten Pufferfisch anlegen. Oder beziehungsweise gehen wir erst mal in die Höhle. So. Und wieder Früchte. Nein, stopp, die wollte ich mitnehmen. Ich wollte die ganzen Rezepte mitnehmen. Weiß nicht, für was es gut ist. Aber ich entnehme sie mit. Da kommt ein zweiter. Nein! Und der ist jetzt so in dem Gift eingehüllt. Da kommt ein dritter. Komm, mach dich weg. Na super. Haben wir wieder einen Fisch verloren. Na gut. Dann ist das jetzt eben so. In welche Richtung schwimmen wir denn jetzt? Ich glaube... Huch. Dieses Geklebe mit dem Spiel. Okay. Drei. Vier. Wunderbar. So, das war Nummer vier. Haben wir auch noch einen fünften? Ich weiß es nicht. Nein, 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 nein. Ich glaube, wenn ich die Folge abgedreht habe, muss ich das Game erstmal runterfahren. Irgendwas ist hier nicht richtig. Da ist er. Wo ist er? Ich sehe ihn. Ich sehe seinen Schatten. Da seht ihr den auch. Aber wo ist der? Ach, da. Ja. So. Nummer fünf. Und mehr als fünf waren ja dann eigentlich nie auf der Insel. Dann würde ich sagen, wir holen jetzt mal Luft. Luft. So. Und fangen hier an zu looten. So. So. Ja, jetzt weiß ich auch, warum wir dauernd keine Luft haben, weil wir keine Sauerstoffflasche mehr haben. Wir haben zwar noch eine Erdbeard, aber da will ich jetzt gerade nicht hin. So. Dann müssen wir eben... Jetzt ist auch noch eine Flosse verschwunden, wenn ich das richtig gehört habe. Ja. Ähm, müssen wir eben zwei bis 32 Mal öfters auftauchen. Das hat keinen Dauch. Wir haben Hunger. Wir verhungern gleich. Dann würde ich sagen, wir ziehen uns eine Flosse neu an und nehmen die Sauerstoffflasche mit und dann gehen wir nochmal runter. Geht nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Diese Rechnung mit diesen, diesen, äh, Motoren, das geht mir irgendwie nicht auf. Das heißt, ein Motor für 100 Blocks. Jetzt, ich, ähm, raff das nicht ganz. In, in, in der gesamten Menge 100 oder 100 Blöcke lang? Oder was? Oder wie? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Und ich weiß auch nicht, ob die zwei Motoren, die wir jetzt haben, reichen. Naja, also reichen, also ist ehrlich gesagt relativ, ne? Das weiß ich nämlich nicht. Man kommt ja auch so gut vom Fleck. Das ist halt eben mal Fakt. So, warte. So. So. Das kommt rüber. Wie war denn das? Das kam hier rein, ne? Ja, genau. Der eine Nagel. Den tacker ich mit hier bei. Mh, Erde. Erde, Erde, Erde. Äh, Wiese, Wiese. Brauchen wir Kunststoff und Planken. Jetzt weiß ich nicht, wie viele Planken hier noch. Ja, da fällt uns schon alles raus. Deswegen würde ich gerade mal sagen, ich schnatze mal die Mangos ganz schnell. Das ist unsere Wiese. Ich weiß jetzt nicht, was das war, aber nun gut. Ah, 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 ah. Nein, das wird so nichts. Jetzt müssen wir den Kreml erstmal wegbringen. Was war denn das? Was war denn das? Ein Glas, wenn ich mich richtig erinnere. Scharniere. Jetzt haben wir nämlich auch keine Planken mehr. Aber wenn wir das zusammenschieben, dann haben wir da wieder einen Slot frei. Komm her. Danke. So, dann reicht das jetzt hier gerade mal. Da hinten muss ich hin. Gut. Eins, zwei, drei, vier. Wie sieht es jetzt hier aus? Das ist noch alles gut, aber hier muss aufgeladen werden. Wie sieht es hier aus? Nee, die muss aufgeladen werden. Dödöd. Hier. Geht noch. Die muss auch aufgeladen werden, aber jetzt haben wir halt eben erstmal keine. Ah, die ist ja ganz neu. Stimmt, die wird aufgeladen. Da ist noch keine drauf. Gut, in der Zeit können wir den ganzen restlichen Krempel noch wegbringen. So, das hier hin. So, dann können wir den Kunststoff schon wieder weg machen. Die zwei bis 32 Blätter, äh, Planken. Hier. Hier haben wir noch Blumensamen. Klibber. Das. Quatsch, doch nicht da rein. Hier rein. Das und das kann auch weg. Die Schuppe kann mit dabei. Das kann dazu. Halt, 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 halt. Hier, das kannst du auch haben. Das kann ich alles nicht gebrauchen, wenn ich nicht am Jagen bin. So, Kupfer. Und der Rest ist Happenpappen. Ach, der Bogen. Der kann auch weg. So. Machen wir das Essen jetzt wieder in die Küche. Nee, in die Küche. Ach, hör doch auf. So, okay. Oh, mein. Oh. Miam, 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 miam. In den Schenkel. Äußerst deliziös. Wasser? Wird's jetzt grad Tag oder wird's grad Nacht? Ich glaub, es wird grad Nacht, oder? So. Dann machen wir jetzt nochmal schnell Wasser oben bei die Viecherchen hin. Äh, bei die Viecherchen hin. Und setzen die Batterien wieder ein. Ein Tröckchen Wasser. Okay. Gut, mal gucken, was die Batterien sagen. Sind die aufgeladen auf diese kurze Zeit? Beinahe, aber wir brauchen sie. Ähm. Mit da hin. Und hier hin. Eierchen. Hier ist noch eins. Oh, wir müssen noch eine Batterie bauen, weil wir sind ja hier jetzt auch schon hier zu Gange. Kupfer. Laster und der Laster und. Äh. Ja. Moment. Nein. Hier. Ferre laufen, leicht gemacht. Kupfer brauchen wir ein. So. Nehme ich auch nicht mehr mit, sonst muss ich wieder hin und her rennen andauernd. Äh. Blaster. So. Und Schrott. Sehr schön. Genau. Huch. So. Bitteschön. Und hatten wir nicht noch, wir hatten doch noch Erde unten, ne? Da könnten wir doch eigentlich noch, glaube ich, zwei Platten oder so. War das nicht so? Guck mal an, drei sogar. Drei Platten können wir noch machen. Dann werden wir die auch machen. Da brauchen wir auch noch mal Planken und Grundschärven. Und wir müssen gucken, ob wir damit zurechtkommen. Ob wir jetzt noch genügend Planken hier rauszüllen können. Das sieht nämlich nicht danach aus. Aber ich glaube, wir haben noch zwei, drei in der Kiste, ne? Obwohl, 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 wartet mal. Tada. Und regnen wir uns. So. Seile. Weg. Hier hin. Hier hin. Drei Wiese. Einen Stein. Ja, meine Lieben. Wir packen jetzt noch die Wiese. Bei die Tierchen. Und dann ist es das auch schon wieder gewesen. So. Eins. Zwei. Drei. Ja. Bis hierhin. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch Spaß gemacht hat, lasst mir ein Like da. Lasst mir ein Kommentar. Oder vielleicht auch ein Abo. Tschüss. 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 Vielen Dank.